Hey, da wird sich jetzt 100% wieder der ein oder andere beschweren, weil jetzt dieser Cut ziemlich, oh ja, unplanmäßig kam, beziehungsweise ich währenddessen am Quatschen war. Egal, egal. So, ich würde sagen, machen wir ein bisschen weiter. Holen wir uns noch was hier. Sand. Schmelzen das zu Glas ein. Und dann würde ich sagen, machen wir doch noch mehr davon. Mindestens noch so einen davon. Für den nächsten bräuchten wir dann vier davon. Das wären schon 256 Partikel mit einem Block. Mit einem halben Block. Joach. Ich finde, das ist gar nicht verkehrt. Also brauchen wir wieder 32 davon. Ne, 32, doch, 32 davon. Ne, ach Quatsch, ich bin so verwirrt gerade. 32 von denen hier. So. Damit wir auf vier von denen kommen. Das waren 96 von denen. 48 Eisen. So, 48 Eisen. Wir brauchen jede Menge Glas. Ups. So, 48 davon. Bumm. Ja, wir brauchen ein paar mehr. Ich seh' ein. Also machen wir einfach mal auf Verdacht schon mal ein paar mehr. Weil das werden wohl nicht die letzten sein, die wir auf Dauer des Let's Plays brauchen werden. Ähm, hm, hm, hm. So, weiter geht's. Wir brauchen wieder Holz. Und Redstone. So, wie war das? Ich wollte, dass da Kurawood loswerden, ne? Nichts einfacher als das. Oh, zu wen schwätzt dann. Ah, da muss ich wohl demnächst nochmal farmen gehen. So, wie viel brauche ich noch? Fünf, ne? Oh, ne. Entweder habe ich da jetzt zu viel reingetan oder ich habe mich verrechnet. Kann auch sein. Eins von beiden wird wohl der Fall sein. So, da haben wir die Dinger. Dann brauchen wir ein bisschen Gold. Mehr Redstone. So, machen wir es so. Nein, vier. So, da haben wir die. Und dann sind wir schon mal wieder hier. Alles klar. So, Zinn, Lead. Wir brauchen eins davon. Ah, ne. Genau, so rum war es. So. Bumm. Haben wir das. Ähm. Ah, ne. Jetzt haben wir, wir haben glaube ich kein Electrum mehr, ne? Oder wie war das? Das war alles, was wir an Electrum hier hatten. Hm, 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 hm. So, was war Electrum nochmal? Silber und Gold. Okay. Dürfte nicht so das Problem sein. So. Für Sand habe ich jetzt hier noch drin. Mist, zu viel. So, okay. Ähm, Alloys only. So, machen wir ein bisschen Electrum. So, jetzt können wir auch das, den Sand wieder oben einfüllen. So, Electrum. Jetzt haben wir ein bisschen was schon mal. Das dürfte uns aushelfen eine Weile. Bumm. So, jetzt haben wir das. Kupfer haben wir ja auch noch. Zack. Ähm. Da haben wir das Ding. So, ein Basic Machine Frame. Dafür brauchen wir das. Ähm. Ach so, stimmt ja. Ich habe mir mein Eisen eben verdattelt. So, Zinn. Hm, 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 hm. So, da haben wir das. Und dann müssen wir noch die drei Solar-Dinger herstellen. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich es noch aus dem Kopf hinkriege. Ich weiß, dass es die Dinger hier sind. Ah, nee, Moment. Die mussten noch unten. Das hier. Und dann war es Glas. Jawohl. Ah, ich habe es sogar wirklich aus dem Kopf hingekriegt. Wo ich die Dinger das erste Mal im Grunde genommen crafte. Coole Sache. So, das. Also das erste Mal heute. Also jetzt in dieser Aufnahmesession habe ich sie jetzt das erste Mal gecraftet. So, bumm. Einen zweiten. Wobei mir das gerade auf den Keks geht, dass der hier mir permanent Energie da reinfüllt. Das ist nicht das, was ich will. Eigentlich. So, wollen wir mal gucken. Bumm. Okay, offensichtlich wäre es da was sinnvoller, wenn ich den auch separat dann so anschließe. Jawohl, alles klar. Wieso Output? Achso, deswegen, ja. Gut. Wollen wir mal ein bisschen XP snacken. Uah. Hä? So. Zack, die kann hier rein. Machen wir mal den Hover-Mode aus. So, aber da fällt mir auch gerade ein. Wir müssen ja noch was tun. Fünf Stück habe ich mir, glaube ich, geliehen, ne? Beim lieben Virus. Das heißt, die fünf möchte ich ihm dann auch wiedergeben. So, machen wir jetzt für diesen Flug den Hover-Mode wieder an. und bumm. Wie viel von den Dingern hat denn der? Meine Güte. Achso, bevor jetzt irgendeiner meckert von wegen, äh, du Cheater, hast du 100% ercheatet? Nein, habe ich nicht. Ich habe legit mir die erfarmt, die paar, die ich da hatte. Was war das? Achso, das war hier von diesem Häuslein hier, der Untergrund. Da ist Redstone dran, sehe ich gerade. Ne, Hover-Mode aus. Äh, Redstone sage ich gerade, Closed-Stone. Das nehme ich doch mit. Warum habe ich das beim letzten Mal nicht mitgenommen, wie ich hier war? Hm. Naja, muss ich nicht verstehen. Ich muss mich nicht immer selber verstehen. Ähm, bumm, 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 bumm. Das können wir nämlich mit hier reinpacken. Weil ich habe die ganze Ender-Lily-Farm-Käse-Crab hier draußen hingetan. Und dann immer mal wieder abgeerntet, wenn sie dann so wie jetzt hier reif sind. Na, wie geht es denn unseren Tierchen? Ja, alles klar. Ah ja, es ist Nacht, kein Wunder. Wenn es Nacht ist, kommt nichts rein. Aber, wie gesagt, es ist ja auch eine Sache. Es ist halt, wenn man es einmal gecraftet hat, Gratis-Energie. Und, wie gesagt, die nehme ich gerne mit. Wobei ich jetzt gerade nicht verstehe, wieso nur der 94-Input kommt. 95. Also, jetzt machen wir Plus. So, und wie gesagt, wenn das Ganze, dann weiß ich nicht, in der maximalen Stufe über 10, 20 Stück sind. Meine Gott. Dann hat man eigentlich genug Energie. So, aber ich muss noch was herstellen. Das fällt mir gerade so ein. Dafür brauche ich 8 Ender-Perlen. Und dann habe ich hier irgendwo, irgendwann mal, bin ich rumgeflogen und habe Wolle gefahren. Wo ist denn die? Ich glaube, die habe ich hier hinten reingepackt. Ja, da. Verwendet man natürlich auch das Zeug hier, was hier so übrig ist. Weil ich möchte gerne ein paar Elevator noch herstellen. Brauche ich wirklich 8? Nein, ich brauche 4. Ich brauche 4 Stück für die beiden Ecken jeweils. So, einmal da hin. Machen wir mal gerade einen Hover-Mode an. Zack. Hier in die Ecke noch einer und da hin. Alles klar. Sehr schön. Hover-Mode kann wieder aus. Ja, was macht man denn schönes jetzt noch? Sind die gleichen, ne? Ja, sind die ganz normalen Energy Conduits. Ähm, büm, 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 büm. So, die können wieder hier rein. Ähm, ja. Warum habe ich überhaupt so einen Käse drin hier? Das hat alles hier drin nichts verloren. Oh, da ist das. Ach, wir haben hier noch einen Generation 2. Naja, gut. Ob es das was bringt, ich weiß es ja noch nicht. Bum. Naja. Einfach nur, weil wir es haben. Gerade. Ne, das ist das falsche Kabel. Guck mal her. Bum. Alles klar. So, ein bisschen mehr noch. Und wenn wir nicht gerade den Ofen benutzen, so wie jetzt, dann wird sich das mit der Zeit auch wirklich auffüllen, da. Die Energie. Und ich würde sagen, ich crafte offscreen noch, werde ich ein bisschen Farmen gehen. Und auch noch ein paar von diesen Solarpanels herstellen. Vielleicht auch schon, ähm, nein, nicht die höheren Tier, die werde ich mit euch zusammen herstellen. Ähm, aber ich werde noch ein paar von denen hier craften und da oben platzieren. Einfach nur, damit wir hier halt mehr Energie reinbekommen. Und ja, ihr Lieben, dann in dem Sinne hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Und dass ihr auch beim nächsten Part von Minecraft Karma wieder mit dabei seid. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao.